Herzlich willkommen zum Sprühmaschinen-Podcast der Win-Extra-Spiele-Box. Ich bin der Stefan und ich bin heute da mit meinen zwei Kolleginnen, mit der Claudia und mit der Jo. Und unser heutiges Thema sind Room Escape-Spiele. Die liegen ja noch immer super im Trend. Es sind einfach großartige Spiele, bei denen man Rätsel lösen muss, gegen die Zeit kämpft. Und wir drei sind eigentlich riesige Escape-Room-Fans und deswegen stellen wir heute unsere Lieblingsspiele vor, die teilweise so richtige Escape-Room-Spiele sind, aber teilweise auch Spiele sind, die einfach genau dieses Gefühl rüberbringen. Und ich denke, da starten wir gleich mal los. Claudia, magst du beginnen mit deinem ersten Spiel? Gerne, gerne. Dazu muss ich erwähnen, dass wir natürlich sehr viele Überschneidungen haben, vor allem bei unseren Lieblingsspielen. Aber um ein bisschen Bandbreite zu zeigen, trotzdem auch die Spiele, die wir gern haben. Hier ist mein erstes Spiel, die sind die Adventure Games von Cosmos. Ist für ein bis vier Spielende, was ich ganz toll finde, weil man eben diese Abenteuer auch alleine begehen kann. Je nach Fall ab 12, 14, 16 Jahren, aber die meisten sind 14 oder 16. Und das Spannende ist, dass diese Spiele in Kapitel eingeteilt sind, weil gesamt jedes Spiel ist eine eigene Story, ist das relativ lang, aber man kann das schön in Kapitel einteilen. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben sehr viel spannende Spielmaterialien, wir haben ein Abenteuerbuch, wir haben unterschiedliche Raumkarten, die ich jetzt natürlich nicht herzeige und Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Vorteilen. Und Geschichte für Geschichte oder Plot für Plot-Stückchen arbeiten wir uns vor und versuchen, irgendein Geheimnis zu lüften, irgendjemanden zu retten, irgendwas herauszufinden. Und wie gesagt, das ist in drei Kapitel eingeteilt. Das heißt, eine Spielsession eignet sich super für ungefähr 60 bis 90 Minuten. Und dann kann man das Spiel theoretisch auf die Seite legen und zu einem nächsten Treffen zusammenkommen. Ich finde es besonders spannend, weil sich die Räume verändern. Ich finde es gut gemacht, weil die einzelnen Charaktere wirklich einen Einfluss auf den Fortgang der Geschichte haben. Also je nachdem, wen ich schicke, um etwas herauszufinden, bekomme ich andere Ergebnisse. Es ist jetzt nicht das komplexeste Spiel, aber ich finde es, wie du schon sagst, eines dieser Spiele, das vom Feeling für mich gewinnt. Also ich fühle mich da sehr hineingezogen, weil das Geschichtenbüchlein echt nett geschrieben ist. Und ja, bin immer voll dabei. Ich finde, es ist auch ein super Einsteigerspiel. Also gerade, wenn man sich neu mit dem Thema befasst, ist das eigentlich super. Und was ich auch cool finde, mich erinnert es ein bisschen an alte Point-and-Click-Adventures, wo man dort sucht, da sucht und dann aber noch dieses tolle haptische Geschichtenbuch hat, wo man dann die Geschichten nachblättern kann. Ich glaube, man muss eben, wie du schon gesagt hast, die Rätsel sind nicht super, super schwierig, aber ich finde, es hat einfach ein schönes Gesamterlebnis. Ja, es liegt der Fokus halt auch eindeutig nicht auf den Rätseln, oder? Genau. Es geht ja wirklich mehr um dieses Geschichte-Erleben. Und dadurch hat es für mich so, oder wie du gesagt hast, und ich glaube, Jodo stimmt zu, für die EinsteigerInnen und Einsteiger ganz cool, es hat auch so ein bisschen noch diesen Rollenspiel-Aspekt, eben mit dem, okay, welcher Charakter bin ich, wo sollte ich mir das jetzt genau anschauen, sollte ich mit der Person reden oder nicht. Und das finde ich spannend, weil es nicht nur in die Escape-Spiele einführt, sondern halt für mehrere Aspekte relevant ist für neue EinsteigerInnen. Ja. Das finde ich cool. Vielen Dank. Dann Jo, magst du uns deinen ersten Tipp präsentieren? Ja, ich möchte als erstes die Unlock-Spiele, also die Serie Unlock vorstellen. Die sind für mich so, es ist so die Serie, die einfach am besten dieses Room-Escape-Feeling rüberbringt für mich. Also dieses Feeling vom tatsächlich in einem Raumslein am besten an den Spieltisch holt. Bei Unlock, es gibt mittlerweile sieben verschiedene Sets mit jeweils drei Fällen, das heißt insgesamt 21 verschiedene Fälle. Und wir haben immer eine Anfangskarte, das ist ein Raum und da sind verschiedene Zahlen drauf. Diese Zahlen haben wir dann auch wieder als Karten, die wir dann rausnehmen können und das sind dann Gegenstände. Also ich ziehe dann zum Beispiel die 21, das ist ein Kasten, den kann ich dann aufmachen. Oder ich habe dann einen bestimmten Gegenstand gefunden. Und diese Gegenstände können wir dann wiederum auch miteinander kombinieren und müssen halt so schauen, dass wir unsere Rätsel lösen. Unlock funktioniert mit einer App, das heißt man braucht auf jeden Fall ein Smartphone. Da haben wir zum einen unseren Timer, aber auch verschiedenste Maschinen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt ein bestimmtes Rätsel finde, dann wird mir da auch teilweise angezeigt, dass ich jetzt eine Maschine gefunden habe. Und die Maschine kann ich dann in der App bearbeiten. Das heißt zum Beispiel habe ich Knöpfe und da muss ich dann bestimmte Knöpfe drücken. Das mache ich alles dann am Handy. Beziehungsweise gebe ich auch Codes oftmals am Handy ein. Ja, das ist mal so grob, wie es funktioniert. Die Fälle dauern in der Regel circa 60 Minuten. Es gibt auch welche, die ein bisschen länger sind. Und bei so vielen Fällen ist es auf jeden Fall auch so, dass nicht alle perfekt sind. Es gibt auf jeden Fall bessere und schlechtere Fälle. Aber so im Großen und Ganzen ist das für mich so die rundeste Serie. Und gerade auch in den neuesten Fällen merkt man voll, dass sie sich einfach wirklich bemühen, dass sie immer wieder neue Sachen reinbringen und auch wirklich coole, kreative Möglichkeiten finden, dass sie wirklich einen Kartenpack mit 60 Karten auf unterschiedliche Arten nutzen. Und das finde ich wirklich sehr toll und sind auch thementechnisch sehr divers. Also von Fantasy-Themen über Abenteuer, über Zauberer von Oz, Alice im Wunderland, Sherlock Holmes, sind da wirklich coole, vielfältige Themen. Ich finde auch, ich finde bei Unlock ist einfach diese Bandbreite der Rätsel einfach das Schöne, weil du diese ganz klassischen Zahlenrätsel hast, du hast Tuchrätsel, du hast kreative Rätsel. Und das macht für mich eigentlich auch so einen richtig guten Escape Room oder ein Escape Room Game aus, dass das so vielfältig ist, da auch mal überrascht. Und ich finde auch das Hinweissystem, das ist alles sehr rund, das kann man einfach super gut spielen. Ja, also ich finde es auch, sie haben pro Set immer auch drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das heißt, man hat einen einfacheren, einen mittleren, einen schweren Fall. Das heißt, da leitet das Spiel einen auch wirklich. Ja, dann gehe ich gleich weiter zu meinem ersten Tipp. Der geht in eine sehr ähnliche Richtung. Ich glaube, wenn man jetzt Claudias Spiel und Jo's Spiel mischt, kommt das vielleicht hinaus. Das ist die Escape Tales Serie von Cosmos. Da gibt es derzeit zwei Fälle. Und da hat man eben auch ein Geschichtenbuch, das man nach und nach durcharbeitet mit spannenden Absätzen. Und man hat aber auch diese ganz kniffligen Rätsel mit dabei. Es ist eine ganz schöne Mischung eben aus diesem rätseligen Teil und diesem wirklich, ich verfolge eine Geschichte. Das Spannende ist, man bestimmt selber den Ausgang der Geschichte. Es gibt, ich glaube, beim ersten Fall sind es circa sieben verschiedene Enden. Und je nachdem, welche Entscheidungen man trifft, kommt dann ein anderes Ende am Schluss dazu heraus. Was ein bisschen heftig ist, ist, glaube ich, die Thematik. Also es ist ab 16 Jahren freigegeben und das ist, glaube ich, auch recht klar, warum. Also man hat wirklich heftige Entscheidungen zu treffen. Es ist eher sehr düster das Ganze gehalten. Ich muss sagen, mich haben beide Storys extrem gefesselt. Also ich bin da dort gesessen und war total mittendrin. Und das fand ich eigentlich das Schöne an dieser Serie, dass man wirklich so komplett in dem Spiegel dringend passiert. Ja, ist auch auf jeden Fall von den dreien, die wir bis jetzt genannt haben, auf jeden Fall das herausforderndste. Also vom Schwierigkeitsgrad her definitiv eher für schon ein bisschen erfahrenere Room Escape-Spieler und Spielerinnen. Ja. Und hat eben für mich diese schöne Balance zwischen Geschichte und Rätseln. Weil es gibt einige Room Escape-Abenteuer. Ich denke jetzt eher an die Text-Cape-Reihe, wo man eher Rätsel durcharbeitet. Und da habe ich das Gefühl, ich spiele wirklich noch so eine ganze Story mit der Zukunft. Finde ich aber schön. Ja. Vollkommen. Also stimme ich voll zu. Also ich muss auch sagen, dass ich wirklich sehr gespannt bin, wie die sich weiterentwickeln. Weil man da halt jetzt eben, also es gibt bis jetzt nur zwei Abenteuer. Und ob sie die Qualität wirklich halten können. Aber bis jetzt habe ich es wirklich großartig gefunden. Also beide Fälle finde ich wirklich, wirklich toll. Gut. Claudia, dein zweiter Tipp. Mein zweiter Tipp ist schon etwas länger auf dem Markt, weil es auch eine sehr bekannte und sehr große Reihe ist. Und das sind die Time-Stories-Fälle von den Space Cowboys. Für ein bis vier Spielende. Oder zwei bis vier Spielende. Entschuldigung. Für zwei bis vier Spielende. Und auch bei den meisten Fällen mit einer eher höheren Altersschwelle. Also wie gesagt, es gibt schon wahnsinnig viele Fälle, die sich genauso wie eigentlich die Unlock-Fälle in die unterschiedlichsten Genres hinein versetzen. Wir haben ja auch, also im Endeffekt geht es bei der Reihe darum, dass wir Agenten sind, die in gewisse Punkte in der Zeit hin- und herreisen müssen. Oder manchmal auch in möglicherweise parallele Universen oder was auch immer. Wir geben da ein bisschen Magie, ein bisschen zusätzliches Sci-Fi auch dazu, damit es abwechslungsreicher wird. Und wir versuchen, Anomalien, die aufgetreten sind, zu verhindern oder rückgängig zu machen. Wir versuchen einfach, die Welt zu retten jedes Mal. Und das Schöne ist eben hier, wir haben ganz viele unterschiedliche Settings, je nach Fall, die eben für mich auch dieses Immersive ganz, 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 ganz stark mittragen. Es funktioniert so, dass wir verschiedene Orte haben. Das können Räume sein, das können eben nur gewisse Plätze sein, die wir uns auch nach einem Point-and-Click-ähnlichen System genauer ansehen können. Also wir wissen grundsätzlich, was es in einem Raum gibt. Und dann müssen wir entscheiden, okay, was schauen wir uns näher an? Reden wir mit der Person oder versuchen wir, in diesen Kasten einzubrechen oder, oder, oder? Denn hier das Besondere, wie es eben auch der Name sagt, wir spielen gegen die Zeit. Wir sind einfach diese Agenten, die geschickt wurden. Wir haben nur so und so viel Energie, also damit wir so und so viele Zeitschritte sozusagen ausgeben können, bevor wir wieder zurückgeholt werden. Und wenn wir bis dahin das Problem nicht gelöst haben, dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Mit dem Vorteil, dass wir das Vorwissen von unserer ersten, zweiten, wie viel denn auch immer Runde, dass wir das Vorwissen schon haben. Und uns beim nächsten Mal, wo wir zurückgeschickt werden, hoffentlich ein bisschen schneller bewegen können und die Rätsel besser lösen können. Ja, wie schon gesagt, ich finde, das lebt sehr stark vom immersiven Erlebnis. Wir haben auch Rollen, die wir einnehmen, ganz eindeutig. Die wir teilweise auch mitten im Spiel dann wechseln müssen, was Vorteile, Nachteile und so weiter bringt. Das müssen wir dann immer abschätzen können. Auch hier, muss ich sagen, natürlich bei so einer langen Reihe, es gibt bessere Fälle, es gibt schwächere Fälle. Aber als Gesamtreihe finde ich es sehr, sehr, sehr solide und auch echt fein. Also ich glaube, ich schätze, du wirst wahrscheinlich gerade dasselbe sagen wollen. Wahrscheinlich, wir wollten genau dasselbe sagen. Also unsere erste Time Stories-Runde, das habe ich eben mit dem Stefan gemeinsam gespielt und das war einfach wirklich eines meiner besten Spielerlebnisse. Wir waren einfach so begeistert und einfach so fasziniert von diesem Prinzip, von der Geschichte. Eben genau von dem Immersiven, weil du einfach die Geschichte so stark miterlebst. Und ja, wie du sagst, es sind die Fälle auf jeden Fall in wechselnden Qualität, aber einfach allein vom Erleben her ist Time Stories wirklich großartig. Kann ich nur unterschreiben, auch unser erstes Spielerlebnis war einfach grandios. Seither muss ich sagen, es ist kein Fall mehr daran rangekommen für mich, leider. Und das finde ich immer noch ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, da könnte man noch mehr draus machen. Ich finde jetzt die neue Reihe, die mit dem Hadal-Projekt jetzt auch gestartet ist und mit Damien, Time Stories Revolution, finde ich auch sehr gelungen, weil sie da doch auch einige Fehler des Grundprinzips, finde ich, ein bisschen ausmerzen. Also dieses ständig wieder zurück und wieder von vorne anfangen und noch einmal das Ganze durcharbeiten, das haben sie jetzt beschleunigt. Und das finde ich, ist jetzt auch viel, viel besser gelöst. Was mich noch an der Reihe fasziniert ist, eben, wie uns das alle beschäftigt hat und wie sehr es die Spiele-Community auch aktiviert hat. Eigene Fan-Fälle zu konzipieren, herauszubringen, natürlich die auch, mal besser, mal schlechter sind. Aber grundsätzlich die Idee, das hat mich so ein bisschen an das digitale Spiele und an das Modding erinnert. Einfach die Community ist so dabei, dass sie selber mit eingreifen und eigene Geschichten anderen Spielenden zur Verfügung stellen möchte. Und das finde ich grandios und macht das Ganze auch sehr sympathisch. Ja, und man muss auch sagen, das ist ja ein Fan-Fall. Also das ist ja auch dann wirklich in einer richtigen Box mit Illustrationen und so dann herausgekommen. Ja, und es gibt einfach wirklich Fan-Fälle, die wir zumindest lieber gespielt haben oder besser gefunden haben als so manche echten Fälle. Also es ist wirklich, wirklich qualitativ hochwertig. Ja, jo, dein zweiter Tipp. Ja, mein zweiter Tipp, ähnlich wie bei der Claudia, kein klassisches Room Escape-Abenteuer mehr. Es ist die Serie, also Detective, auch mittlerweile eine Serie mit mehreren Fällen. Und möchte uns, also die Spielenden, wirklich zu Detektiven machen. Also wir werden in verschiedenste Fälle reingestürzt. Jeder Fall besteht auch immer aus mehreren Teilen. Die einzelnen Teile sind schon mal relativ lang. Also da spielt man einem Teil schon circa vier Stunden. Beim ersten, also bei der ersten Box, sind es insgesamt fünf verschiedene Teile. Das heißt, es sind dann schon mal 20 Stunden. Da muss man sich auf jeden Fall die Zeit dafür nehmen. Aber es ist zu 100 Prozent wert. Also wir kriegen am Anfang einen Fall und mögliche Hinweise, beziehungsweise mögliche Orte, die wir besuchen können. Und entscheiden dann wirklich selber als Spielenden, welchen Hinweisen wir jetzt folgen möchten. Möchten wir jetzt zuerst mal den Tatort anschauen? Oder möchten wir uns zuerst mal, wenn es eine Leiche gibt, eine Leiche zum Beispiel anschauen? Oder möchten wir irgendjemanden befragen, der mit dem Fall zu tun hat? Und so kriegen wir immer weitere Hinweise. Und, dass noch einmal zusätzlich dazu kommt, wir haben auch eine Online-Datenbank. Das heißt, wir arbeiten wirklich auch mit dem Computer. Können da Beweismittel eingeben. Können DNA-Spuren, die wir finden, eingeben. Können zum Beispiel Fingerabdrücke eingeben. Und finden so immer mehr über diesen Fall heraus. Und das ist einfach auch gerade in dem Immersiven. Du fühlst dich einfach wirklich als Detektiv, Detektivin. Triffst eben Entscheidungen, wie du diesen Fall möglichst gut löst. Und hast eben auch dieses Zeitelement mit dabei. Das heißt, wir haben einfach nur eine bestimmte Anzahl an Arbeitsstunden pro Tag. Und jede Spur, die wir folgen, kostet uns halt eine bestimmte Anzahl an Stunden. Und so müssen wir halt schauen, dass wir möglichst effizient dran sind. Und ich muss vor allem sagen, dass besonders der erste Fall einfach thematisch auch wirklich, wirklich sehr faszinierend war. Und einfach von der Geschichte her extrem gut geschrieben war. Also es ist auch, man hat wirklich auch sehr viel Story mit dabei. Bei diesen Hinweisen zum Beispiel. Hat man eben, ist also einfach eine sehr immersive Geschichte. Du lebst halt einfach wirklich voll die Frage mit. Und das fand ich auch, also das ist, glaube ich, neben Time Stories eben der erste Fall, wirklich auch eines meiner aufregendsten Spielerlebnisse. Geht mir da auch sehr ähnlich. Ich finde, dass die Story bei Detektiv einfach so gut recherchiert ist. Die geht über so viele Zeitebenen. Wirklich gut geschrieben. Also muss man unbedingt spielen. Also Detektiv ist großartig. Und es kommen ja jetzt dann neue Boxen raus, auch im Herbst. Mit auch kürzeren Fällen, was ich recht spannend finde. Und auch familienfreundlicher. Genau. Das wollte ich noch sagen. Also jetzt so gesehen, einsteigerfreundlich ist es noch nicht unbedingt. Also die Mechanik ist schon schlüssig. Aber auch von den Fällen her nicht so einsteigerfreundlich. Aber hoffentlich mit diesen kürzeren Fällen dann eine Möglichkeit, da ein bisschen reinzukommen. Ja. Wobei natürlich die Qualität schon drin liegt, dass du einfach so ein episches Abenteuer hast in diesen fünf Akten über verschiedene Zeitebenen hinweg. Also ich finde, das ist schon die besondere Qualität von Detektiv. Aber ich kann mir eben auch gerade für Einsteiger, Einsteigerinnen dann diese kurzeren, knappen Fälle gut vorstellen. Und wenn man einfach nicht zu viel Zeit hat und am Abend nur mal schnell vielleicht eine Runde spielen möchte, sicher gute Geschichte. Ja. Ja, vor allem ist Detektiv einfach auch von der Komplexität schon sehr, sehr hoch. Also wir hatten dann wirklich ganze Diagramme mit den verschiedensten Charakteren, die in unterschiedlichen Zeitebenen sind und wie sie irgendwie zu anderen Charakteren stehen. Also da muss man auf jeden Fall auch ein bisschen Liebe zum Detail beziehungsweise muss ich auch da wirklich drauf einlassen wollen. Ansonsten wird es auch relativ schwierig, einfach die Fälle zu lösen, weil da einfach sehr viele Informationen sind, die einfach zusammenhängen und um einfach um die Verbindungen zu machen. Ja. Gut. Dann würde ich weitergehen zum abschließenden Tipp. ist ein Spiel, das gerade ganz neu zu uns in die Spielebox gekommen ist. Es gibt es derzeit nur auf Englisch. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Aber es ist ein wirklich lustiges Rumorscape-Abenteuer und das ist das Scooby-Doo Escape from the Haunted Mansion. Und ich bin ein recht großer Scooby-Doo-Fan, deswegen habe ich mich da riesig drüber gefreut. Und man kann auch die Original-Charaktere spielen, indem man solche Story-Hefte bekommt. Also ich kann jetzt sagen, ich will jetzt Daphne sein oder ich kann jetzt auch entscheiden, Fred zu spielen. Und das Spiel hat einen recht coolen Mechanismus, indem man, ich zeige es mal kurz in die Kamera, einfach solche Räume erkundet und dann eine Figur hat und man stellt die dazu und dadurch ergibt sich dann eine Zahl. Also Fred kann zum Beispiel jetzt den Schrank durchsuchen. Der Schrank hat, oder das ist die Tür, glaube ich. Tür öffnen, 123. Ich stelle die 5 davor und es ist 5123. Und dann kann ich im Heft von Fred nachlesen, was dort gefunden wird. Und so handle ich mich durch die Räume durch und die verschiedenen Personen können aber auch unterschiedliche Sachen. Also Scooby kann zum Beispiel als Hund die ganze Zeit nur schnüffeln. Und dann gibt es halt den Shaggy zum Beispiel. Der kann die ganze Zeit nur essen. Die Wellma, die ist die Researcherin. Also es ist dann wirklich eine lustige Sache, dass ich mir immer früh überlegen muss, wo kann ich was machen. Und es gibt diese super spannenden Secret Envelopes. Und da sind dann einfach Geheimnisse drin und spannende Sachen, auch ein paar Puzzles und so. Ich fand es super nett, ein wirklich super nettes Spielerlebnis, weil es so eine bunte Mischung ist aus lustigen Storys. Es hat Witze mit dabei, passelige Aufgaben, richtige Rätsel. Man muss aber auch sehr auf die Story achten, am Ende dann auch den Übeltäter, die Übeltäterin überführen. Ein wirklich nettes Spielerlebnis. Und man braucht sicher ein paar Englischkenntnisse, weil eben die ganze Story auf Englisch ist. Aber wenn das kein Problem ist, kann ich das so als Room Escape-Erlebnis dauert ca. 2 Stunden, wärmstens empfehlen. Hat eben gerade auch, also wie auch bei Unlock, dieses Durchräume gehen. Also eben einfach, um diesen wirklich physischen Room Escape so an den Tisch zu bringen, funktioniert das halt wirklich sehr gut. Und auch eben der unterschiedliche Einsatz von den Figuren fand ich wirklich sehr, sehr lustig. Und ja, hat einen guten Sinn für Humor, das Ganze. Und hat aber auch, auch ein bisschen so dieses Rollenspielige dann auch drin. Also je nachdem, wie man die Charaktere, also ob man die Charaktere verteilt oder einfach grundsätzlich die Hälfte rundum gibt, hat man schon wirklich auch die Möglichkeit, sich auch ein bisschen in die Rollen reinzugeben. Vor allem, weil du halt immer dann eine bestimmte Situation aus der Perspektive von diesem Charakter dann mitkriegst. Also was passiert, wenn ich jetzt mit der Wärmer diesen Schrank öffne? Oder ob der Fred reinschaut zum Beispiel. Die haben dann neben dann halt einfach auch unterschiedliche Sachen wahr. Ja. Ja, vielen Dank, Claudia und Jo, für eure Tipps. Ich denke, wir sind alle eher auf der Seite, dass wir dieses immersive Erlebnis sehr schätzen, dass das ganz wirklich ein rundes Produkt ist. Gerade auch, dass die Geschichte super ist. Wir haben jetzt einige Tipps vorgestellt. Es gibt auch eine eigene Room Escape Liste von der Spielebox, wo wir noch viel mehr Tipps haben, auch vielleicht rätsellastigere Sachen. Da findet ihr dann unten den Link dazu. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört bei unserem Spülmaschinen-Podcast bei der nächsten Episode. Bis dahin, alles Liebe und kommt uns nochmal in der Spielebox besuchen. Dann können wir gerne mehr über Room Escape Spiele plaudern. aufbauen. Untertitelung des ZDF, 2020